Ich bin Henrik, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KSTOOLS. Jetzt zeige ich euch den universellen Scheibenwischer Armabzieher. Die Vorteile von einem Abzieher sind, dass man die Backen einfach auseinanderziehen kann und ist innen eine Feder, die einfach die Backen zusammenzieht. Darum kann ich den auch relativ universell einsetzen. Das Besondere ist noch die Messingbuchse. Die Messingbuchse ist beweglich und hat innen eine Aussparung. Dadurch liegt er sauber auf der Achse auf, ohne dass sie verrutschen kann. Meistens wird sie beim BMW eingesetzt, dass wir einfach nicht so reinkommen. Wir müssen zuerst die Backen auseinanderziehen, drüberlegen und danach reinschieben, so dass er sauber wieder an der Welle hier anliegt. Die Masse von der Spannweite sind 16 bis 32 mm. Die Spanntiefe 42 mm. Somit können wir mit dem universellen Abzieher mehrere Fahrzeuge abdecken. Die Masse von der Spannung